brake failure ich habe keine bremse mehr ich komme in die box also hat man recht noch mal den hamilton ja der punkt kann sich natürlich auch bezogen haben auch den stint den er gerade fährt das ende des stints nicht das ende des renners aber gut macht nix hamilton war in der box und jetzt kann er auf jeden fall zu ende fahren